Frage mal zehn Musiker, was ein Musikproduzent ist und du bekommst elf verschiedene Antworten. Für die einen ist ein Musikproduzent schon jemand, der auf seinem Laptop im Schlafzimmer ein paar Loops zusammenbastelt. Für den anderen bedeutet es, ein Musikproduzent zu sein, wenn man ganz viel Geld mit der Erstellung von Musik verdient. Du siehst, die Spannweite ist sehr, sehr gross. Im Grunde genommen haben jedoch beide recht, denn der Beruf Musikproduzent ist nicht klar definiert. Was klar ist, du benötigst kein Studium oder einen Abschluss, geschweige denn ein Diplom, um dich Musikproduzent zu nennen. Was es für mich persönlich heisst, ein Musikproduzent zu sein und welche Fähigkeiten man dafür besitzen muss, erkläre ich dir in diesem Video. Also, let's go! Hallo und herzlich willkommen bei mir im Studio. Mein Name ist Tom Wettstein und heute gehen wir der Frage nach, was es in meinen Augen bedeutet, ein Musikproduzent zu sein. Lass uns zuerst mal schauen, was Wikipedia sagt. Ein Musikproduzent ist in der Musikindustrie eine mit der Leitung und Durchführung einer Musikproduktion beauftragte Person. Die Aufgaben eines Musikproduzenten können stark variieren. Er koordiniert zum Beispiel die Musikaufnahmen im Studio, das Engagement der Musiker und kümmert sich um die Vermarktung. Den Musikproduzenten gibt es in dieser Form meistens nur in der Popmusik, der Countrymusik, im Hip-Hop, dem Jazz sowie der elektronischen Musik. In der klassischen Musik nimmt der künstlerische Aufnahmeleiter, meist ein Tonmeister, in der Regel mehr Einfluss auf das künstlerische Resultat. Die Arbeit des Musikproduzenten bei der Soundgestaltung ist zum Teil vergleichbar mit der des Regisseurs eines Kinofilms. Da ihnen künstlerische und technische Aufgaben obliegen, rekrutieren sich Musikproduzenten nicht selten aus dem Bereich der Tonstudios, Studioinhaber oder Toningenieure. Oder sind Komponisten bzw. Liedertexter, welche die Umsetzung ihrer Kompositionen im Studio selbst überwachen. Diese Definition von Wikipedia deckt sich grösstenteils auch mit meiner Auffassung. Nur, dass ich statt dem Wort «oder» das Wort «und» einsetzen würde. Das heisst, Studioinhaber und Komponist. Lass uns doch mal ein paar Produzenten anschauen, die für meine Auffassung zu den grössten auf diesem Gebiet zählen. George Martin, Quincy Jones, Nile Rodgers oder Prince. Sie sind oder waren nebst hervorragenden Instrumentalisten auch ausgezeichnete Produzenten. Sie beherrschen alle Gebiete der Musikproduktion. Welches diese Gebiete sind, das schauen wir uns später an. George Martin. Was wären die Beatles ohne George Martin? Er wird auch der fünfte Beatle genannt. Er verlieh den Beatles ihren unverwechselbaren Sound, der später grosse Stars wie Lenny Kravitz oder Oasis beeinflusste. Songs wie Strawberry Fields, Forever, Penny Lane oder Yesterday profitierten von seinen Künstlern als Sounddesigner und Arrangeur. Er entwickelte Techniken, die in der heutigen Tontechnik nicht mehr wegzudenken sind. Die Abbey Road Studios profitieren heute noch vom Glanz von George Martin. Quincy Jones, er hat Big Band Arrangements geschrieben und war Dirigent. Er hat aber auch ebenfalls Michael Jacksons grösste Hit produziert. Er ist so bekannt, dass er jeden Star anwerben kann. Höre Dir mal das Album «Q's Juke Joint» an. Er hat sogar schon den Präsidenten der USA verpflichten können. Und das nur, weil er eine allumfassende Kenntnis der Musik hat und er sich so eine unverwechselbare Expertise aufbauen konnte. Klar hatte er auch Durstschrecken in seinem Leben, gesundheitlich und auch sozial. Doch er blieb dran und hat sich zum Grossmeister der Musikproduktion entwickelt. Nile Rodgers ist ebenfalls ein Produzentenstar, auf den viele hochschauen. Zu Beginn seiner Karriere war er Mitbegründer und Gitarrist der Band Chic und hat später so unterschiedliche Werke produziert wie «We Are Family» von Sister Sledge oder «Upside Down» von Diana Ross. Wie auch «Material Girl» von Madonna und «Get Lucky» von Daft Punk. Er ist also über mehrere Jahrzehnte an der Spitze geblieben. Prince ist ein absolutes Ausnahmetalent und ich zähle ihn zu den grössten Produzenten überhaupt. Ich stelle ihn sogar mit den grossen klassischen Komponisten wie Mozart, Beethoven und Stravinsky gleich. Er hat in erster Linie zwar nur für sich selbst produziert, hat jedoch auch für Drittkünstler wie Sheenad O'Connor Songs geschrieben. Z.B. den Song «Nothing Compared to You» hat er für sie produziert. Er komponierte Blues-Tracks, die Hits «Kiss» und «Purple Rain», hatte jedoch auch grosse Kenntnisse von Jazz, wie du beim Album «Rainbow Children» hörst und beim Album «Love Sexy» entdeckst du sogar seinen Hang zur Beat-Tonalität. Auch gewisse Filmkomponisten gehören für mich zu den grossen Produzenten. Z.B. Hans Zimmer. Er ist für mich ein unglaublicher Produzent, denn er beherrscht nebst dem Scoring auch das Sampling und er war einer der ersten, der Orchester-Libraries erstellte, die kaum von echten Orchestern zu unterscheiden waren und immer noch sind. Er komponierte und produzierte Soundtracks zu Blockbuster wie «The Rock», «X-Men» oder «Pirates of the Caribbean» und tausende mehr. Und auch John Williams ist für mich ebenfalls ein Produzent, obwohl er mehr als Komponist angesehen wird. Aber er produzierte auch Musik für Harry Potter, für Star Wars oder Jurassic Park. Was bedeutet es nun, ein Musikproduzent zu sein? Ein Musikproduzent ist ein Experte der Musik. Er hat nicht nur eine sehr grosse Kenntnis der Musikgeschichte, sondern er kennt keine musikalischen Grenzen und fühlt sich in allen Genres wohl. Wenn du alle Gebiete, ich nenne sie die Säulen der Musikproduktion, beherrschst, dann kannst du dich vollkommen frei bewegen. Wenn nun ein Produzent etwas mit nur zwei Akkorden komponiert, dann ist das so, weil er das will, nicht weil er keine andere Wahl hat. Er sucht sich die genau passenden Harmonien für seine Kompositionen aus. Es ist wie ein voller Gewürzschrank. Du suchst nur die notwendigen Gewürze aus, auch wenn du alle möglichen Geschmäcker zur Verfügung hast. Und manchmal benötigst du halt nur Salz und Pfeffer. Solch eine Komposition besitzt auch eine total andere Attitude. Es klingt anders, weil du noch Headroom besitzt und dir die Akkorde ganz gezielt aus den tausenden von Möglichkeiten aussuchen kannst. Als Musikproduzent verbindest du alle Bereiche miteinander, zum Beispiel die musikalische und die technische Gehörbildung, die Komposition und das Sounddesign und das Mixing. Du weisst schon während der Instrumentation, welche Frequenzen du ausfüllen musst, damit am Schluss dein Master gut klingt. Du musst nicht überlegen, sondern du kannst einfach aus den Vollen schöpfen. Du kannst dadurch genau die Emotionen ansprechen, die du möchtest, weil du einen vollen Werkzeugkasten zur Verfügung hast und genau weisst, welche Technik und welches Werkzeug du benutzen musst. Was will ich dir damit sagen? Wenn du dich in allen Gebieten der Musikproduktion bewegen kannst, bist du frei. Es spielt dann keine Rolle, was du produzierst. Du kannst Streicher- und Bläserarrangements schreiben, Werbe- oder Filmmusik komponieren oder Mainstream-Songs für Künstler produzieren. Es spielt überhaupt keine Rolle, denn die Grammatik der Musik ist immer dieselbe. Und glaube mir, es macht so grossen Spass, wenn du dich auf dieser Spielwiese frei bewegen kannst. Dabei musst du nicht überall der Beste sein. Es reicht vollkommen aus, wenn du auf jedem Gebiet, ich nenne sie die fünf Säulen der Musikproduktion, 80% erreichst. Ich teile sie in folgende Gebiete auf. Erstens die Rhythmik. Das ist das Fundament der Musik. Darauf wird alles aufgebaut. Ganz zu Beginn der musikalischen Evolution war die Rhythmik, der Tanz und der Gesang. Die zweite Säule ist die Harmonielehre. Sie ist die Grammatik der Musik. Als Komponist, als Produzent, bist du ein Geschichtenerzähler. Und als Geschichtenerzähler ist es von enormem Vorteil, wenn du die Grammatik beherrschst. Die dritte Säule ist die Komposition, das Songwriting und das Arrangement. Also eigentlich das Storytelling. Damit sprichst du Emotionen an und du benötigst eine Kenntnis der Instrumentation und deren Farben. Das vierte ist das Recording und das Sounddesign. Die Erschaffung, die Materialisierung deiner Idee. Eigentlich die Produktion. Und die fünfte Säule ist das Mixing und das Mastering. Da kochst du die Musik und richtest sie an, damit es allen gut schmeckt. Ich wollte schon immer Musikproduzent werden. Da habe ich mich in den 80er Jahren entschieden, Musik zu studieren. Ich habe dann die Musikhochschule Luzern besucht und einen Master auf meinem Instrument, auf dem E-Bass gemacht und Pädagogik und Arrangement studiert. Ich habe 100% meiner Energie in das Studium investiert und war danach auch wirklich gut, jedoch nur auf dem Gebiet Jazz. Von der Musikproduktion hatte ich dann noch keine Ahnung. Danach, nach dem Studium, war ich als Live- und Studiommusiker unterwegs und habe von den Tontechnikern und Produzenten, für die ich arbeitete, weitergelernt. Es war ein steiniger Weg. Der hat mich sehr viel Zeit gekostet. Und ich habe danach sogar noch weitere Ausbildungen absolviert. Ich investierte also mehrmals 100%, um auf das Niveau zu kommen, das ich mir wünschte. Doch heute, heute kenne ich eine Abkürzung. Denn wenn du deine 100% auf die 5 Säulen aufteilst und in jede Säule nur 20% investierst, schaffst du es, laucht dein Pareto-Prinzip, auf 80% in jeder Säule. Und 5 mal 80% ergibt 400%. Du schaffst also ein Vierfaches an Erfolg mit dem gleichen Einsatz, den ich bei meinem Studium aufgewendet habe. Hätte ich das nur früher gewusst. Doch jetzt weiss ich es und lerne immer noch täglich dazu, indem ich mich mit Spezialisten der Musikbranche vernetze und von ihnen lerne. Musik ist so vielseitig, dass es niemanden gibt, der sie in ihrer Ganzheit versteht. Musik ist Alchemie und reine Physik und Mathematik, aber gleichzeitig jedoch auch, meiner Ansicht nach, die emotionalste aller Künste. Ich weiss, manchmal macht es einem Angst, wenn man den Berg sieht, den man erklimmen muss. Doch glaub mir eines, niemand hat bisher die Spitze des Berges erreicht und das wird auch niemals jemand schaffen. Und es geht auch nicht darum, die Spitze zu erreichen. Es geht um den Weg, den du bestreitest. Du freust dich über jeden Schritt, bei dem du weiterkommst. Denn jeder Schritt eröffnet dir neue Horizonte, die dich nicht nur musikalisch, sondern auch persönlich wachsen lassen. Die Musik, sie hat mich schon aus den tiefsten Tälern in meinem Leben herausgezogen und hat mich die grössten Höhenflüge durchleben lassen. Meine engsten Freunde wissen, dass Musik mein Lebensanker ist und ich ohne sie wahrscheinlich gar nicht mehr hier wäre. Und genau das ist der Grund, weshalb ich mein Musikwissen weitergeben möchte. Ich durfte schon so viele Studierende und Kunden begleiten und sie dabei unterstützen, ihre Träume zu erreichen. Dabei sind tiefe Freundschaften entstanden und ich konnte ebenfalls enorm viel von ihnen lernen. Denn ausser der Liebe ist das Wissen das Einzige, was sich vermehrt, wenn man es teilt. Und falls du ebenfalls die Musik zu einem zentralen Punkt in deinem Leben machen möchtest, dann würde ich dir gerne dabei helfen. Lass uns einfach mal miteinander sprechen. Klicke dazu auf den ersten Link unter diesem Video. Du wirst automatisch auf meinen Kalender weitergeleitet. Dort suchst du dir ein Datum und eine Uhrzeit aus. Dann trägst du deinen Namen und deine Telefonnummer ein und beantwortest die darauffolgenden Fragen. Ich werde dich an deinen gewünschten Termin kontaktieren und wir schauen gemeinsam, wie wir dich und deine Musik zu deinem gewünschten Ziel bringen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deiner Musik. Bleib dran und lass es grufen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deiner Musik. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deiner Musik.